sie hat gewählt hallo meine lieben ich habe heute ein aufgebraucht video für euch ja ich muss mir ein bisschen beibehalten dass ich regelmäßig zumindest aufgebraucht videos mache denn die tüte ist schon ziemlich voll schon wieder und ja dann eskaliert das sonst und wo fangen wir an hier mit ich habe von der dm eigenmarke die antibakterielle mundspülung leer gemacht die habe ich ja auch schon des öfteren gekauft verwendet wieder nachgekauft und ich bin sehr 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 zufrieden damit ist ohne alkohol ohne ethanol ist auch antibakteriell was ich sehr gut finde für manche sachen zumindest hilft bakteriellen zahnbelag vorzufolgen reduziert mundgeruch schützt vor karies mit kräuterminz aroma stiftung waren das ist auf jeden fall sehr gut und die ist auf jeden fall für kind ab 12 jahre geeignet da muss man ein bisschen vorsichtig sein aber meine tochter würde das eh nicht nehmen mir ist es jetzt nicht zu intensiv oder stark aber zum beispiel die wie heißen die extremen mundspülungen fälls jetzt gar nicht ein ja genau listerin heißen die genau also die kann ich nicht nehmen die sind mir einfach zu intensiv von der schärfe her ja das geht auf jeden fall deshalb kaufe ich es mir auch gerne immer wieder nach ich habe jetzt noch eine von alverde zu hause diese nanaminze glaube ich irgendwie so die möchte ich jetzt mal testen soll auch relativ gut sein mal sehen aber ansonsten kaufe ich gerne immer diese hier dann habe ich diesen wc spüler verwendet und leer gemacht dieser wc duft stellen von denk mit mit flowers flash blaues wasserreinigung kaltgeschützt kraft schaum neutralisiert gerüche preis leistung ist auf jeden fall top und kaufe ich auch immer wieder gerne nach vor allem wer auf das blaue wasser sehr steht das ist hier auch mit dabei und hier waren zwei stück drinnen genau dann habe ich hier eine zahncreme die habe ich euch eh schon des öfteren gezeigt das ist die von alverde naturkosmetik die kinder zahncreme das zahngel mit 50 milliliter ohne zusatz von florin ich schaue da jetzt mal ein bisschen von mir auf zahncreme mit florin das hat zumindest der zahnarzt mir beziehungsweise meiner sochte empfohlen deshalb ja werde ich jetzt mal das hier nicht nachkaufen ich hatte eh noch ein backup zu hause von dem her er ist auf jeden fall wie gar nicht fand die sonst sonst echt sehr sehr gut und ja sie hat sie auch sehr gerne verwendet wir haben gestern zum ersten mal die von son todent ausprobiert die ab sechs jahren mit floride sie hat gewinnt es war ihr einfach zu schade das war so ein minz geschmack den sie bis jetzt noch nie hatte ja mal sehen ob sie sich daran gewöhnt ansonsten ich will sie auch nicht wählen und ich bin froh dass wir beim sehneputzen keine probleme haben sie macht das gerne ja gut gerne aber es war noch nie thema und wenn es jetzt probleme gibt nur wegen der zahncreme dann bin ich ganz ehrlich dann gebe ich die zahncreme weg oder hebt sie einfach auf später auf ich weiß auch gar nicht wie lang seine geöffnete zahncreme man verwenden kann ja mal sehen dann habe ich endlich wieder mal den waschmaschinen hygienereiniger verwendet entfernt unangenehme gerüche reinigt hygienisch von innen saubere maschine für frische wäsche entfernt 99,9 prozent bakterien und pilze ja ich verwende das oder versuche zumindest zumindest es regelmäßig anzuwenden wirkt ab 60 grad ich weiß nicht ob es irgend wie großartig etwas macht die waschmaschine spricht nicht mit mir und ansonsten kann ich auch nicht irgendwie sagen dass irgendetwas anders oder besser ist von dem her ja ich verwende es einfach vorsichtshalber vorzubeugen dass die geräte nicht zu schnell kaputt werden und hoffe dass den geräten das auch gut tut denke ich halt zumindest deswegen kaufe ich es auch eigentlich ja dann haben wir bzw meine tochter dieses alverde naturkosmetik little green den kids diesen cam spray leer gemacht den haben wir jetzt wirklich schon lang in verwendung der hat nach apfel geduftet und war auf jeden fall sehr angenehm vom duft her jetzt nicht irgendwie übertrieben aber ja nachkaufen würde ich mir jetzt ihn nicht er war jetzt nicht so besonders vom endergebnis her die kennbarkeit ja vielleicht war es ein bisschen besser aber das gibt es jetzt eh nicht mehr zu kaufen soweit ich weiß ist auf jeden fall vegan 150 milliliter und ja ich verwende halt bei meiner tochter einfach lieber naturkosmetik da habe ich irgendwie ein besseres gefühl aber ja war jetzt nichts besonderes würde ich mir ansonsten nicht nachkaufen falls es das noch geben würde dann habe ich und zwar gestern diese haarfarbe verwendet das ist die von l'oreal paris die excellence cool cream ultra kühle reflexe mit violett formel und ist die farbe 4,11 ultra kühles mittelbraun dreifach pflegecreme 100% grau abdeckung also endergebnis farbe einfach top muss ich wirklich ehrlich sagen da war ich sehr 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 zufrieden was ich toll finde ist dass es wirklich nicht so extrem dunkel ist sodass es so nach schwarz aussieht das möchte ich immer nicht ich bin ja so von natur schon eher ein dunkler typ deshalb muss ich auch so dunkel aber ich mag es halt dann nicht so gerne wenn es dann so schwarz aussieht was mir hier so gefällt ist auch dass es keinen warmen unterton hat macht wahrscheinlich auch diese violett formel aus ist glaube ich soweit ich weiß neu bin wirklich total zufrieden gewesen das ist doch hier ein bisschen höher aber ich muss dazu sagen ich habe hier überhaupt nicht sparen müssen es war ihr fast schon zu viel obwohl ich ja doch schon etwas längere haare habe bei sales habe ich da manchmal wenn ich meine kompletten haare gefärbt habe hätte ich da eine zweite packung gebraucht hier aber nicht auf keinen fall die könnten noch länger sein hätte ich das leicht geschafft mit der menge hier aber was ich dazu sagen wollte ist dass sie sehr sehr flüssig ist ja ich würde sie mir auf jeden fall wieder nachkaufen dann habe ich hier ein trockenschampoo wie soll es auch anders sein ihr wisst in meinen aufgebraucht videos findet man immer trockenschampoo und das ist eigentlich mein derzeitiger favorit preis leistung einfach top von balea das soft cotton mit blumigen duft ich liebe diesen duft und hoffe dass der auch im standard sortiment bleibt und nicht rausgenommen wird ist für langanhaltende frische für alle haartypen und wie gesagt ja preis leistung einfach top dann habe ich diese hyaluron augenpads verwendet und zwar von der marke katia vera ist vom müller gewesen und zwar ohne mikroplastik und mit sofort effekt glättend und strahlende augenpartie für alle hauttypen ja es war auf jeden fall ganz okay aber jetzt nichts irgendwie besonderes für den preis also ja nachkaufen glaube ich würde ich mir es nicht dann habe ich meine zurzeit allerliebste mascara muss ich schon fast sagen ja gemacht und zwar ist das von l'oreal paris die teleskopik mascara in dieser goldenen verpackung die ich eigentlich nur bei notino kaufe ich habe sie noch nirgendwo anders gesehen ja ist vom preis natürlich schon etwas höher dreht aber die wimpern extrem schön hat auch ein gummi bürstchen und gibt auch sehr gut volumen ab ist aber nicht wasserfest was ich hier nicht so schlimm finde sie stempelt sich jetzt nicht irgendwie ab von dem her ja ich habe da noch einiges am backup zu hause gottse dank denn die ist auch gerne mal bei notina notino ausverkauft ja ich habe euch die jetzt eh schon des öfteren gezeigt auch in favoriten videos ich liebe diese mascara und einfach eine empfehlung von mir an euch dann habe ich wieder mal mein jahrelang schon ja favorit von mir und zwar ist das gesichtswasser das ultrasensitive von baleamid ich verwende gerne die baleamid produkte da stimmen die inhaltsstoffe das hier ist auf jeden fall ohne parabene parfüm und farbstoffe und ohne alkohol mikroplastik frei ja 200 milliliter vegan was soll ich dazu sagen ich verwende es einfach nachdem ich mein gesicht gereinigt habe gehe ich da mal mit meinen gehe ich dann noch mal mit meinen wattepads meistens mit den wiederverwendbaren wattepads also die die waschbar sind und etwas gesichtswasser darauf gehe ich dann noch mal über mein ganzes gesicht um sicherzugehen dass der gesamte schmutz vom gesicht weg ist ja preis leistung auch einfach top immer wieder eine empfehlung von mir und ja hauptsächlich weil es einfach das tut für mich zumindest das tut was es tun muss ist keine reinigungswasser nicht zu vergessen es ist einfach ein gesichtswasser dann habe ich hier eine lippenmaske vom action die pinke hydro gel lippenmaske habe ich euch schon sehr sehr oft gezeigt verwende ich immer wieder kaufe ich auch immer wieder nach aber in letzter zeit bekomme ich die einfach nicht denn die ist entweder immer ausverkauft oder bekommen sie sie nicht mehr bei action auf jeden fall die letzten male habe ich sie nie gefunden was ich auch jetzt leer gemacht habe ist von central pace der self-tone purity mit 200 milliliter der nein das ist ein muss genau ein bronzing water muss ist das ich war mit dem produkt sehr sehr zufrieden würde ich mir auf jeden fall noch mal nachkaufen haben wir aber jetzt von st moritz also die günstigere variante habe ich mir jetzt den selbstbräuner geholt bei dm möchte ich jetzt mal ausprobieren mal sehen ob ich dann wieder zu diesem produkt zurückgreifen denn mit dem war ich schon wirklich sehr sehr zufrieden auch ein sehr gerne und ständig täglich verwendet das produkt von mir ist das reinigungsöl mit dem habe ich glaube ich auch schon einige angesteckt ist parfümfrei schnelle reinigung auch bei wasserfestem make up mit arganöl für trockene haut ich gebe mir da einige pumpstöße in meine handfläche also ich würde sagen schon so an die zehn pumpstöße um mein komplettes gesicht zu reinigen aber trotzdem komme ich wirklich lange aus damit ich würde sagen so ein fläschchen im monat finde das total okay um den preis ja auf jeden fall ist es wichtig das produkt auf trockene haut anzuwenden und dann erst mit wasser alles abzuwaschen dann habe ich hier von nix diesen epic ink liner leer gemacht das ist der mit dieser bildstiftspitze und ich habe schon des öfteren gesagt dass ich eigentlich mit so bildstiftspitzen nicht so gut umgehen kann aber mit dem was wirklich soll ich habe es ich habe diesen liner von nix sehr gerne verwendet und den werde ich mir ich denke halt den werde ich mir demnächst auch wieder mal nachkaufen weil ich ihn wirklich recht gut fand muss man auch immer so schütteln ist auch wirklich sehr sehr schön tiefschwarz und ja hat einfach funktioniert meine tochter hat diese bade salz konfetti für die badewanne verwendet und zwar von t resept kinderball spaß feines meersalz mit fruchtig süßen beeren duft ich bin ganz ehrlich um den preis war ich ein bisschen enttäuscht würde ich auf jeden fall nicht nachkaufen weil es einfach auch teuer ist und so besonders war es dann auch wieder nicht so für einen so zum geburtstag oder zu kleinen besonderheiten würde ich hier natürlich schon immer wieder mal so etwas besonderes zum baden kaufen aber einfach so auf jeden fall nicht dann habe ich diese balea beauty therapie folienmaske verwendet ich fand die echt gut und die hatte so zwei zeile was ich eigentlich nicht so gerne mag denn die sind mir dann eigentlich immer zu groß für das gesicht und die tuchmaske liegt dann so auf meinen haaren drauf was ich nicht so toll finde ist vegan aber wie gesagt im großen und ganzen fand ich es wirklich sehr sehr toll würde ich mir auch auf jeden fall wieder nachkaufen dann habe ich hier wieder verwendet die kokos stripes und zwar von smile secret zum aufhellen der zähne ja ich habe euch das schon mal gesagt dass man das schon des öfteren anwenden muss also ich würde sagen so alle drei wochen wäre es schon gut oder zumindest einmal im monat denn das lässt dann schon immer wieder nach ja ich glaube ich würde mir die kokos stripes ich weiß nicht ob ich mir sie nochmal nachkaufen würde ich habe jetzt noch einige zu hause und finde sie eigentlich ganz okay aber ich hätte gerne einen langzeiteffekt aber da müsste man wahrscheinlich so eine zahnaufhellung beim zahnarzt machen ja für so zum immer wieder anwenden finde ich es eigentlich eh ganz gut und auch von preise zu zahlen okay zumindest ja finde ich auch jedes mal wieder dass es die zähne aufhält jetzt zwar nicht so lange anhält wie gewünscht aber ja ich habe es gestern verwendet nur so nebenbei es ist halt immer schwierig das dann so zu erklären beziehungsweise euch klar zu machen wie das produkt so wie soll ich das erklären jeder mensch kauft sich doch ein produkt und jeder mensch hat eine andere erwartung an das produkt von dem her ja würde ich sagen muss das dann jeder selbst testen und für sich entscheiden ich habe es anfangs wirklich auch sehr sehr toll gefunden aber ja jetzt nach ein paar mal anwenden muss ich sagen tut sich da nicht mehr so großartig viel von der helligkeit von dem aufhellen zumindest so das allerletzte produkt ist von fit me der concealer und zwar habe ich den in der nummer 10 gehabt eigentlich ganz gut auch von der farbe her die 10 ist schon finde ich zumindest eher schon für dunkere hauttypen obwohl 10 wäre ja doch gefühlt gar nicht so dunkel keine ahnung ja auf jeden fall würde ich euch raten wenn ihr euch den fit me maybe the concealer kauft dass ihr ihn vielleicht auch vorher an der theke testet ja ich fand ihn aber wirklich sehr sehr gut eine zeitlang dachte ich er trocknet meine augenpartie mehr aus aber jetzt ich weiß nicht hat sich irgendwas bei meiner haut gezahnt aber ich habe ihn eigentlich relativ gerne verwendet es gibt zwar meiner meinung nach bessere und günstigere aus der drogerie aber auf jeden fall auch schlechtere ja meine lieben das war's mit meinem aufgebrauchten video danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal